hallo und herzlich willkommen zurück zu elton ring ich weiß komisch das ding ist ich habe schon seit längerer zeit gedacht elton ring wieder zu bringen oder neu anzufangen ich hab also kacke wer war das mal kurz raus haben um zu sehen wer den kommentar geschrieben hat jemand hat mein ganzes let's play gesehen und gefragt ob ich denn ich weitermache und das war dann so ein bisschen syntax syntax auf youtube der hat gefragt ob ich weitermache und ich habe die ganze zeit damit gespielt mit dem gedanken und eigentlich wollte ich neu anfangen aber da habe ich auch nicht so sonderlich die lust drauf weil das noch ist zwar zwei jahre her der release von elton ring aber trotzdem ist der anfang noch so frisch in meinem kopf weshalb ich nicht neu anfangen wollte aber weiter machen wollte ich eigentlich auch nicht weil ich das spiel vergessen habe ich weiß nicht wo ich war und was ich machen wollte ich weiß dass ich bei gar gar nie wie ist der typ auf den kleinen sehr kleinen pferd der große sehr große typ die war ich am bekämpfen und ich stehe es auch nicht da wo man ihn bekämpft sondern ich stehe hier weil ich sachen probiert habe nach also in den zwei jahren habe ich ein bisschen gespielt und deswegen sind hier und da vielleicht sachen anders ich habe oft gespielt und ich habe auch versucht die aufnahme irgendwie in 60 fps also 4k es ist die fest zu hinzukriegen das spiel kriegt das sind aber nicht mit der aufnahme aus irgendeinem grund ich will sobald ich die aufnahme aufmache dann haben wir nur ab 58 fps und ich bin so eine grafikkure geworden dass das mir auf den keks geht ja tatsächlich aber was willst du machen dann sind das nur 58 fps und nicht 60 das regt mich auf könnten die ich selbst nicht verstehe und zwischendurch bin ich irgendwo dahinten gestorben was ich glaube ich auch holen werde ich weiß nicht wie viele rulen es sind aber vielleicht ein paar vielleicht auch fünf ich glaube ich habe auch andere rüstung anders wie beim letzten mal ich habe jetzt nicht alles genau überprüft ich habe war die schlechste rüstung angelegt ich habe weil ich auch mit den rüstungen gespielt habe ich habe auch mit dem geraden gespielt zu respecten also meine ruhen wieder zu holen und in einem anderen bild zu gehen also nicht in einem stärke bild wie ich hier gerade habe sondern in einem dexterity bild also wie heißt das auf deutsch status geschicklichkeit 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 wieso ist meine geschicklichkeit auf 40 habe ich das richtig gesehen der stärke ist auch 40 geschickt auf 14 ich wollte gerade sagen würde ich habe ich davon scheiß gemacht haft sollte ich mal ein bisschen erhöhen da auch von wegen was ist die für die erklärung ich habe das spiel verlernt in den zwei jahren er hat das gedacht erklärung kondition ist ja kondition soll ich noch vielleicht kraft auch ein bisschen weil das ist lp aber vielleicht kondition auch weil da kann ich mehr sachen tragen das wäre vielleicht auch ganz gut ja am anfang habe ich ein bisschen weil es sehr viel passiert wie gesagt ich bin rumgelaufen und habe aufnahme getestet und so und bin zwischendurch mal verreckt da sollte ich auch als erstes am besten und ich habe das spiel verlernt ich denke mal von mir ich habe das spiel verlernt und vergessen ich weiß nicht wo was irgendwie ist und überhaupt da ist mein zeug da sind fischer ich mach mal aus angst die schild hoch wir sind in einem etwas stärkeren gebiet und ich habe irgendwas schießt auf mich ich habe ich komplett vergessen sind hier leutchen das komme ich euch da jetzt hoch und mache ich erst mal weg bevor ihr mir in rücken schießt auf irgendwas schießen die da aber es gibt ein schwung knopf wie gesagt ich habe das spiel verlernt mit kreis geht bis in flotter irgendwas passiert da irgendwer verliert da irgendwie leben das gute stärke bild ist das dann mit zwei schlägen ein gegner tötet so mal gucken ob weiter oben noch was war irgendwer hat irgendwie leben verloren da kämpft einer ich habe bisschen leben verloren ich hätte wollen sollen und nicht abwehren jetzt warte ich muss auf meine oh gott fängt ja schon mal gut an und auf mit feier naja und für alle die die alten folgen gesehen haben und denken muss die fels cam hin die habe ich 2020 in rente geschickt ich kann das spiel nicht pausieren ich muss aber mal kurz auf toilette hätte ich vor der aufnahme machen sollen aber naja deswegen muss ich die schnell mal besiegen damit ich auf toilette kann oder mich weg teleportieren das wäre vielleicht auch gut eine lösung was ich auch tun werde ich kann mich glaube ich nicht teleportieren während gegner da sind doch oder ich setze mich einfach hier an ans feuer nicht als feuer dass ich stark so ist wie heißt der gedöns nochmal das gedöns ort der gnade ok ich mach mal kurze pause so weiter geht's ich habe gerade hier gesehen hier ist ein ding bei flaschen kann ich das war besser als aller flaschen nutzung mit vier goldenen saaten erhöhen eine flasche mit popo tränen wurde hinzugefügt naja popo tränen das ist nicht erstes bestes ok jetzt sind die leute alle wieder da wieso leuchte ich ich habe irgendwas ich habe glaube ich damals das hat immer angehabt jetzt habe ich das nicht immer an hallo wollen das ist nicht die angriffstaste das hier ist die final fantasy 7 ich habe direkt zum angreifen angreifen gedrückt bzw auf diesen controller dieses hast du was verloren alle ich habe beiden genommen hier ist es x nein ist es nicht ich habe mich aber vertan ach ja das ist nicht tatsächlich die erste folge die ich hochlade also neu hochlade das ist die erste die ich seit ewigkeit neu aufnehmen weil ich vor jahren das display noch mal angefangen also weiter gemacht habe und ich habe das aber nie hochgeladen weil ich dachte ich wieder spiel nicht mehr oder vielleicht später oder was weiß ich was und die kam zuerst diese drei vier folgen oder was es da waren ich glaube vier die kam zuerst und ja das wollte ich nur erwähnt haben ist am anfang mal ein bisschen viel zu erzählen und ich habe halbwegs alles vergessen was ich erzählen wollte weil es ist halt zwei jahre her das ganze hier dass ich hier das gespielt habe deswegen habe ich auch ein bisschen was vergessen ich weiß nicht da liegt immer noch mein gemüse rum also meine verlorenen sachen ich weiß aber nicht wo der beste weg ist da hinzugehen hier ist auch eine schöne mauer da tut einer wo sauen ich leid dann soweit ich konnte konnte man in dem spiel nicht soweit ich mich erinnern kann wie kann ich wie komme ich denn da hin da kämpft wer gegen wahrscheinlich gegen die runde ich denke mal über die felsen zu laufen wäre eine gute idee dahin zu kommen wo ich hin will habe ich das hier hier ist ja was materialien sammeln weil das kann man ja in dem spiel und weil das sind das war kein glänzern hat schädelt habe ich hier gemacht was man machen konnte untersuchen interessiert mich gerade nicht dachte hier gibt man mal die map oder sowas wo ist mein zeug sehe ich das von hier aus müsste hier irgendwo auf der straße da hinten ich würde erstmal äh den ritter da weg machen ich weiß nicht wie klug das ist weil ich möchte da jetzt auch nicht in die range leider geraten ich nehme mal einen trank ich weiß nicht wie stark der ridder ist wenn eine lebensweise kommt dann wissen wir es dass das mini boss ist oder ein boss oder ich weiß nicht mal wie allen ring das ganze hier handhabt aber ich glaube das ist nun ein schick normaler gegner auf ja das ist ein schick normaler gegner auf dem pferd ich habe vergessen anzugreifen ich habe ich bin gesprungen zum angriff aber vergessen anzugreifen komm mal runter ich weiß nicht ob ich in trank nehmen soll am besten schon ich habe ja 11 momentan und wenn ich gerade nichts mache sollte ich vielleicht einen trank nehmen hallo hundi ich weiß nicht mal wie stark ihr seid hallo 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 du bist besiegbar sage ich mal bis jetzt bin ich eigentlich schon mal gewollt sollte ich mal ab und zu mal machen ok der gab aber auch gut runen äh mein zeug sollte hier irgendwo liegen hier in der nähe da ist es doch wie viel ist es ich hatte wie viel habe ich gerade warte kann ich das ok ich muss y drücken ich habe 4166 und bekomme ach ja schicker wie viel ich bekomme ok das dürfte ein level sein vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht mache ich hier ein bisschen chaos ich kackt die wand an das sind zwei das sind mehr als zwei ich sollte die beine nehmen oder sind es mehr als zwei die die mal weg habe ich schon gesagt dass ich vergessen habe wie das spiel funktioniert das hier ist auch eine kleine testaufnahme äh wo ist marika spahl wer ist das intelligenter ähm das ist auch eine kleine testaufnahme um zu gucken ob ich überhaupt bock auf das spiel habe hier bin ich oh moin das ist ja nett dass ich direkt neben den gegner spawner wo ist mein zeug ich will erstmal hier weg glaube ich jetzt kommen die ok jetzt kommen sie alle zusammen und ich muss hier weg muss hier weg die beißen sich selbst kaputt was ich erst was sehr gutes erfinde dass fast 4000 waren möchte ich das gerne behalten ach du heilige scheiße ähm das waren 4000 ruhen ich hoffe mich heilen das war sehr nett von euch da ist der rider ich finde es sehr gut dass die gegner gerade gegenseitig sich bekämpfen ähm ich muss mal kurz weg irgendwas hat irgendwas getötet ja geh auf den reiter damit ich dich besiegen kann und dann kann ich den reiter besiegen wo ist er denn aber na du sauer es war oh radar ich habe ragan glaube ich gesagt radarn ist der dicke mobs auf dem kleinen pferdchen dicke ridder ich gucke mal ob die rüstung mir zusagt dies war leichter dies nicht besser die hält nicht mehr aus ich glaube rüstung konnte man nicht verbessern soweit ich mich erinnern kann sondern nur waffen wer ist das denn da oben das ist so ein vogel die sollte ich mal da sein lassen wo ist denn mein zeug liegt direkt hier ich hätte direkt nehmen können wahrscheinlich ich habe aber nicht aufgefasst so 30.000 das wollen wir erst mal nicht verlieren deswegen ich mich weg nehme ich dahin wo ich hin muss hierhin dann würde ich die 40.000 erstmal investieren wenn es nicht genug sind ich weiß nicht wie viele ruhen ich brauche für ein level ab ok ich kann das blöde ist ein level ab bereich ist aber nicht für ein zweites immer ein bisschen was jetzt will ich in lp ja immer in kraft weil da habe ich ein bisschen wenig rein investiert und ich krieg ja hart aufs maul deswegen macht das schon sinn position wäre auch natürlich eine idee gewesen was sind die sachen die ich ja angepointet habe hier geht die könnte man natürlich auch lernen zu selia ist aufgang und dann gestern von sedia oder ich könnte natürlich auch weitermachen aber ich glaube es ist gewollt dass man radarn macht aber gucken ich glaube man musste mit dem typ da oben reden um gegen radarn kämpfen zu können hallo moin ja gut genug absolut bereit ja blablabla kann ich noch mit euch irgendwie interagieren außer reden weil ich habe ja glaube ich was war das denn gerade ich habe ja vor jahren weiß nicht wann mal angeguckt wie man radarn besiegt hat wie komme ich hier noch mal rein ach hier ist offen dann hier lang und darunter und ich weiß dass man leute rufen kann aber ich weiß nicht mehr also npcs man kann auch mit spielern spielen also spieler rufen aber ich weiß also ich habe erstens habe ich das ausgestellt mit spielern spielen und zweitens weiß ich nicht wo ich die npcs rufen kann ich wollte schon speichern aber in dem spiel geht das ja gar nicht jetzt ja alles automatisch warte ich wo habe ich auf drei y ja genau untersuchen wir das thema kurz mal gucken ob ich den ich kriege oder wenn ich hier kann ich heute rufen vielleicht sollte ich das machen ich muss mal kurz reiten hier dich herbeirufen und dich herbeirufen weiter ich hoffe ich habe ihn herbeirufen ja ok da ist auch wenn zum herbeirufen das ist mir aber am letzten mal moin irgendwie total entgangen ok geht das in meine richtung wo bist du das dauert leider ein bisschen bis die anderen kommen ich habe genug trennen würde ich sagen deswegen nehme ich mal ein ich kann nicht mehr ausweichen ja vielleicht sollte ich bin ich nahe genug dran bin der marikas war ich krieg glaube ich mein gemüse hier oder muss ich das da außerhalb des portals finden ok ich glaube außerhalb des portals und wir untersuchen zuerst unsere runen wieder hier das oder auch nicht ich rufe erst mal ein paar leutchen ob wir ausweichen habe ich sie alle ich habe ich noch nicht so ja da wurde ich hart getroffen weg hier dann rufe ich dich das was ihr liebt kann man später hier ist noch jemand zu beschwören ich sehe es nicht wo mein zeug liegt um ehrlich zu sein da ist noch jemand zu beschwören habe ich dich nicht beschworen keine ahnung was das ist nein die machen gerade mal ihre meine arbeit da ist mein zeug hier nimmt das bitte ich glaube dann gehen wir auch hier runter ok okina ist tot juna löwenherz ist tot ok erstmal ein bisschen heilen kann ich ich kann meine freunde nicht rufen aber ich habe ja ein paar die ich hier beschworen konnte beschwören konnte ich brauche mal ein bisschen Ausdauer aber das hat weh aber nicht weh genug dass ich da nicht weiter dann drauf haue das Gefäß ist tot ich hoffe der Hundemann hilft mir noch aber ich bin voll im Eimer ich laufe mal schnell zu dir ok hier reitet weg die Sau da hinten hin irgendwie ich glaube da ist noch jemand zu beschwören ich glaube der Hundemann ist jetzt aufgedauern dessen Namen ich natürlich komplett vergessen habe den haben wir glaube ich schon mal getroffen wo ist er wo ist er da ist er vielleicht hätte ich abwehren sollen ich wollte noch mehr Leute beschwören um ehrlich zu sein es macht erstmal noch Spaß aufs Maul zu kriegen mal schauen wie dann der Spaß noch hält ok dann muss ich direkt mein Pferdchen rufen sonst bin ich im Eimer den wei ich mir erstmal aus dem Fall dann rufen wir nochmal ein paar Leute hier so dann hier dich dich ok dann reiten wir da hinten hin da ist noch jemand zum rufen da kann ich jemanden beschwören hier kann ich jemanden beschwören der kack jetzt wo ist mein Zeug das ist die Frage wo bin ich gestorben kann ich noch jemanden rufen aber ich habe nicht aufgepasst äh was ja was erneut rufen hier ist noch was zum looten war dann schwer das sind glaube ich Wurfsachen sonst würde ich die nicht öfter bekommen ich mache mal ein Pferdchen weg ok ich sage mal kurz weg weiter trago oder tragoat Alexander ist tot ah ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht nein du hast nur kurz down im Moment Okina ist tot kann ich die denn neu beschwören weil ich dachte ich hätte letztens was gesehen solange der nicht vor dem Himmel fällt ist das mir erstmal alles eigentlich egal was er da macht Lionel Löwenherz ist tot der Halbwolf tot ich heile mich mal und dann hole ich mein Pferdchen und rufen noch mal ein paar Leutchen dazu ok ich muss vielleicht auswischen ja gehört der tragoat wo sind die du ist der Rest vom Fest da ist noch jemand oder auch nicht doch hier Lionel Löwenherz da ist noch wer hier sind noch jede Menge ich kann die vor lauter die habe ich ja gerufen her wieder der Halbwolf vor lauter Hilfe ähm Texte kann ich nicht sehen wen ich beschwören kann und mir nicht aber das ist gerade weh habe ich jetzt beide oder nur einen na lass mal auf ich hab nur einen beschworen ok hier hab dann noch dich ok hier ausweichen oh keist die Wand an ich brauche ausdauer ich muss heilen ok da leben noch ein paar ok das ist nicht gut was du da für ein Scheiß fabrizierst aua den haben wir auf jeden Fall leicht wenn es so weiter geht aber wenn er seinen Scheiß hier macht dann geht das nicht so einfach aber ich will den Todesschlag machen nicht ihr irgendwer hat den Todesschlag gemacht nicht ich ganz große Rune hey ich hab zwei Jahre nicht mehr gespielt und hab ihn trotzdem besiegt ganz alleine ohne Hilfe und irgendwas hab ich noch bekommen neben der Runen ich hab nicht mit äh Katzen gerechnet da sind Sterne und da ist irgendwie eine Burg also Sterne Knuppen jede Menge was ist denn jetzt los ein Laserstrahl Richtung da hinten hin ist da was eingeschlagen oder was ist da gerade los eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert ok eine rote Markierung wo ist denn diese rote Markierung äh die selbstmache ne da Menüerklärung äh wo ist denn diese rote Markierung die irgendwo sein soll oder ist das ne das ist nur der Baum oder kann ich das nicht sehen weil das noch nicht aufgedeckt ist das könnte natürlich auch sein ich kann mich grad nicht teleportieren wie es aussieht mein Zeug ist in die Richtung da soll ich auch wahrscheinlich hin erstmal gehe ich mein Zeug entgegen da ist Alexander hieß er glaube ich da meine hallo moin was machst du denn hier was ist denn los wieso naja ich hab auch nicht den Finalschlag gemacht aber aber du denkst du nicht dass ich mich noch nicht verabschiede habe denn wie Glück es hat es es ist eine verritable mountain von die die hier hier wenn ich kann nur diese die in mir werde ich wieder in Zeit und du wieso die die hier sind sehr gut oh das hört sich ja gar nicht gut an das hört sich ja so an als würde er mich töten wollen hallo und ich hab den ja vergessen ja da in der richtung ja er war habe ich ihn schon gesehen oder also ich habe ihn ein radars festung gesehen habe ich ihn auch schon vorher irgendwo gesehen weil ich weiß nicht ob das ein anderer war weil ich habe versucht das spiel noch mal von vorne zu beginnen halt den neuen let's play was ich nie hochgeladen habe ich habe die form auch nicht mehr ich habe die gelöscht weil wie gesagt ich habe ja eben gesagt ich will ja nicht von vorne anfangen weil das mir alles noch zu frisch ist und das war auch der grund warum ich aufgehört habe da ist radarschloss glaube ich denn ich habe gemerkt das meiste also das war ziemlich langweilig weil ich ja eh das meiste schon kannte deswegen habe ich da auch nicht weitergemacht erst mal die gnade berühren und jetzt kann ich mich wahrscheinlich auch teleportieren ich raste aber erstmal es ist der hund weg da ist doch irgendwas am leuchten ich wollte in kondition ein bisschen was rein investieren dann kann ich nicht mehr ja war aber so wo ist meine last kann ich wahrscheinlich erst hier sehen ausrüstung hier aus ist das gewicht mittlere last aber leichte das wird wahrscheinlich nicht passieren ach nee das ist zum eingang zurückkehren aber teleportieren kann ich immer noch nicht doch jetzt kann ich hier diskutieren ich ruf mal kurz fährt wie heißt du noch mal ob dein namen komplett vergessen und dann gucke ich noch mal ich habe gedacht sturmwind oder so oder war es vielleicht im deutschen namen des feldes ich weiß es nicht mehr ich habe es vergessen zwei jahre her und so ich wollte nur gucken was es hier so gibt ob es hier irgendwo gegenstelle gibt aber hier scheint ja erst mal nichts zu sein so von interesse hier konnte ich glaube ich während des kampfes auch gar nicht hin weil er abgesperrt war hier dürfte auch alles nichts sein jetzt muss ich nur mir überlegen was denn ich habe weil ich ja die cutscene übersprungen habe nämlich wahrscheinlich aus der aus dem alten video weil ich da die cutscene hatte aber da ich weiß dass ich früher nicht in 4k aufgenommen habe deswegen kostet mich das ein bisschen an weil während des kampfes ich glaube nicht dass ich da ein gutes bild finde für so war der weg raus ich meine ich kann mich auch weg teleportieren aber ich möchte gerne weg rausgehen wenn der da schon mal so ein teleporter ist dann nehme ich den auch gerne in anspruch und dann würde ich erstmal aufhören mit dieser folge die wird zwar ein bisschen länger aber ist es nicht so mega schlimm ich wollte nur antesten ob ich bock auf eltern ring habe und anscheinend sieht so aus weil ich hatte spaß mit den kampf ich wollte nur gucken ob ich spaß damit habe und ich hatte spaß gegen radarn zu kämpfen ich habe nämlich gedacht dass ich keinen bock auf den ganzen krempel hätte wir sind da gar nicht reingegangen weil ich mich dahin teleportiert habe vielleicht sagt mir da mal reingehen und das nächste wäre ja hier lang gehen hier ist leider doch hier ist ein ort der glade habe ich den aktiviert schaut so aus ist das hier wo die hunde sind wo ich auch so bekommen habe ich mein zeit gesammelt habe ja ich raste am ort der gnade hier und dann bedanke ich mich vielmals fürs zuschauen durfte sich den helm auf habe aber egal selbst auch ohne helm wer wer jacke wie hohes eigentlich übrigens ich spiele ohne ray tracing für alle die es interessiert ich spiele auf maximum settings nur das einzige was ich eingestellt habe ist bewegungsverzerrung aus also unschärfe bewegungs unschärfe habe ich ausgemacht und ray tracing habe ich aus weil ich dann keine 60 fps kriege ich meine ich kriege auch keine 60 fps so aber nur 58 mit mit der aufnahme was nicht sein dürfte aber egal ist halt so und ich spiele halt auf einer 40 90 deswegen selbst mit der aufnahme dürfte ich eigentlich 60 fps 4k hinkriegen aber allen wegen gesagt nein das genug gemeckert das war es von meiner seite aus ich habe am anfang ein bisschen viel geredet und am ende ein bisschen viel geredet deswegen ist die folge ein bisschen länger geworden die nächsten wollen werden so wieder seine 30 minuten gehen und ich werde erstmal allen ring nicht aufnehmen weil ich andere sachen aufnehmen muss aber ich wollte eine folge mindestens eine folge aufnehmen um zu gucken ob ich lust habe und erscheint habe ich noch lust so deswegen geht weiter mit dem ring es kam ja schon ein paar folgen das waren die vier alten folgen die ich vor zwei jahren aufgenommen habe ein bisschen pause habe ich gemacht und dann habe ich wieder aufgenommen und dann habe ich wieder aufgehört und fange jetzt wieder an ich wollte noch irgendwas erzählen aber mir fällt nicht mehr ein was deswegen danke ich mich vielmals fürs zuschauen und sage tschüss bis demnächst so